Hallihallo Hallöchen liebe Freunde der gepflegten Gameplayaufnahme oder auch kurz gesagt liebe Let's Player. Ihr habt euch doch mit Sicherheit schon ein paar mal gefragt, wie es eigentlich die ganzen YouTuber dort draußen schaffen, so coole Musik im Hintergrund laufen zu lassen und dafür noch nicht mal irgendwie ein Strike oder ähnliches zu kassieren, weil sie doch kostenlose Musik verwenden und so weiter und so fort. Nun, es gibt die Möglichkeit, ihr könnt euch stundenlang durchs Internet wühlen und auf der Suche sein nach kostenloser Musik, diese dann entsprechend nach ewigen Zeiten dann doch mal herunterladen und dann entsprechend in eine Playlist packen, das Ganze dann im Let's Play im Hintergrund laufen lassen und am Ende sogar noch jeden einzelnen Titel und Interpreten in die Videobeschreibung packen, wie ihr ihn denn auch gerade in dem Video verwendet. Das ist natürlich mit einem Haufen Arbeit verbunden und um euch da draußen das Leben ein wenig einfacher zu machen, haben wir uns einen Webdienst ausgedacht, der extra für diese Sache entwickelt und online gestellt wurde. Nämlich geht ihr einfach auf eine Website und zwar nennt sich die ganze www.lpradio.de und wenn ihr auf dieser Website seid, dann denkt ihr euch schon, boah, das ist ja cool, nur was mache ich damit jetzt? Nun, der Titel sagt eigentlich schon alles, also der Name der Website, LP, kurz für Let's Play, Radio, bedeutet, dies ist ein Radiosender. Nun, was müsst ihr tun? Ihr müsst einfach hier, ich könnte euch erstmal in Ruhe umsehen und so und so weiter, das Einzige, was ihr tun müsst, ist wirklich das Einfachste. Ihr müsst euch um keine Downloads kümmern, ihr müsst euch um keine Playlisten kümmern, ihr müsst nichts anschließend groß an Titelnamen und Interpretennamen in die Videobeschreibung packen, sondern einzig und allein nur einen einzigen Link und damit seid ihr auch schon sämtlichen Verpflichtungen gerecht geworden. Nun, ihr müsst einfach hier auf dieser Startseite, hier wo Radio einschalten steht, müsst ihr nur einen von diesen dreien Buttons drücken. Der erste Button ist ein 48 kHz AAC Audio Codec Stream, der zweite hier direkt daneben, der mittig, ist ein 128 kHz MP3 Codec Audio Stream und der dritte mit diesem lustigen HD obendrauf ist ein 192 kHz MP3 Codec Stream. Wir haben uns für drei Codecs entschieden, beziehungsweise für drei Qualitätsstufen entschieden, denn nicht jeder von euch dort draußen hat die übelste Überpornoleitung und damit möglichst viele von euch diesen Dienst nutzen können, haben wir uns halt wie gesagt dazu entschieden, drei unterschiedliche Qualitätsstufen anzubieten. Diese Qualitätsstufen unterscheiden sich eigentlich im Größten und Ganzen nur in der Bandbreite, wie gesagt 48, 192, nee gar nicht wahr, 48, 128 und 192 kBit, unterscheiden sich aber qualitativ nicht unbedingt so groß voneinander. Ich persönlich nutze eigentlich immer diesen 48 kHz AAC Stream, denn er klingt genauso gut wie alle anderen auch und hat aber die niedrigste Bandbreite. Privat macht mir das eigentlich nichts aus, weil ich könnte eigentlich auch 20 von diesen großen laufen lassen, aber dann frage ich mich immer wofür. So, wie funktioniert es also? Ihr wählt einen von diesen drei Streams aus, klickt einen von diesen drei Links an, das habe ich in meinem Fall schon mal getan, dann öffnet sich eine Datei und diese Datei möchte gerne mit einem Radio Player oder mit einem Audio Player geöffnet werden. In meinem Fall öffnet sich dann beispielsweise dieser hier, nämlich Fubar. Den habe ich jetzt als meinen privaten favorisierten Player ausgewählt und der ist jetzt auch schon drin. Jetzt mache ich einfach nur einen Doppelklick drauf und schon läuft auch dieser Radio Stream. Ich kann mal ein bisschen lauter machen. Jetzt könnt ihr schon hören, läuft diese coole Musik. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ich muss diesen Radiosender, hier diesen Player, den schiebe ich jetzt einfach nur zur Seite, lasse allerdings diesen Radiosender laufen, schiebe es zur Seite und dann starte ich mein von mir gewünschtes Spiel, welches ich denn spielen möchte mit dieser coolen Musik im Hintergrund, starte ich dann einfach. In meinem Fall nehmen wir jetzt einfach mal klassisch Minecraft. Okay, 172. Ich habe vergessen zu updaten, ist ja auch egal. und nehme jetzt einfach mein Let's Play auf. Also ich spiele jetzt mit meinen Freunden oder spiele alleine oder sonst irgendwas und lasse einfach diesen Radiosender im Hintergrund laufen. Euer Aufnahmeprogramm, sei es Fraps oder DX Story oder Camtasia oder wie die noch alle heißen, diese ganzen Aufnahmeprogramme dort draußen, nehmt automatisch den Radiosender mit im Hintergrund auf und ihr habt somit coole Musik im Hintergrund. Und ihr müsst euch, wie gesagt, um nichts weiter kümmern, ihr müsst nichts herunterladen, ihr müsst nicht stundenlang im Internet suchen oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst einfach nur diesen Radiosender einschalten und schon habt ihr eure Musik. Gehen wir jetzt mal davon aus, hier der Radiosender ist jetzt fertig beziehungsweise euer Let's Play ist jetzt fertig und ihr seid fertig mit der Aufnahme. Dann schiebe ich jetzt einfach mal Minecraft zur Seite. Ihr würdet es natürlich beenden. Ihr nehmt euren Radioplayer hier, euren Audioplayer, beendet das Radio oder ihr könnt natürlich auch gerne weiterhören, wenn ihr möchtet, wenn ihr die Musik gerade cool findet und geht dann einfach hier auf diese Website, wo ihr ja sowieso schon die ganze Zeit drauf seid, klickt hier oben auf den lustigen Button Songliste, denn wir kommen jetzt zum dritten und entscheidenden Schritt, den ihr tun müsst, damit ihr den Lizenzbedingungen gerecht werdet. Ihr klickt auf diesen Songlist-Button und schon kriegt ihr hier eine Auflistung sämtlicher Songs, die auf der Playlist vom Radiosender vorhanden sind. Diese Songs können alle auftauchen, diese Songs können alle gespielt werden und ihr wisst ja, ich erinnere euch nochmal daran, ihr müsst sämtliche Titel und die Namen des Interpreten in die Videobeschreibung packen. Jetzt gibt es aber die einfache Methode, nämlich ihr geht hier nach oben auf diese Leiste, wo hier die Adresse der Website steht, also bei Songliste, und nehmt einfach diese Adresse hier, markiert sie, einen Rechtsklick drauf, kopieren und macht euch das Leben jetzt ganz einfach. Ihr geht auf euer YouTube-Video, wo die Musik verwendet wird. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Beispiel-Video und jetzt habe ich hier schon was hinzugefügt, hier ganz viel Beschreibung und dann hier verwendete Musik und unter verwendete Musik macht ihr einfach nur einen Rechtsklick, einfügen, mit dem Link zu dieser Seite, klickt dann hier unten auf Änderung speichern. Ne, kann nicht gespeichert werden, hat Klammern enthalten. Jaja, der mag diese Klammern hier nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich kann sie ja einfach mal wegmachen, klickt dann hier auf Speichern und schon ist die ganze Geschichte erledigt. Ihr müsst nichts weiter tun, als diesen einen Link in eure Videobeschreibung packen, damit ihr dann entsprechend den Creative Commons Bedingungen gerecht werdet, dass ihr eine Namensnennung in eurer Videobeschreibung hinzufügen müsst. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich kann noch mal kurz hier auf Wie es funktioniert klicken. Dort kriegt ihr noch mal eine bebilderte Anleitung, auch in Textform darunter, wie es denn funktioniert. Hier steht es noch mal ganz klar für jedermann verständlich. Der erste Schritt ist, den Radiosender einschalten. Der zweite Schritt ist, dein Let's Play spielen und den Radiosender im Hintergrund laufen lassen. Dann einfach auf lpradio.de slash songlist gehen, diese Adresse markieren und kopieren und einfach in die Videobeschreibung packen. Das war es schon. Mehr braucht ihr nicht tun. Ihr habt eine coole Musik im Hintergrund und müsst euch um gar nichts weiter kümmern. Wie man hier auch unschwer erkennen kann, funktioniert dieses Ganze auch im Livestream. Ihr braucht euch da also gar keine Gedanken zu machen. Ihr könnt einfach euren, den Radiosender starten, startet euren Livestream, spielt die ganze Zeit die coole Musik und euer cooles Let's Play und schon haben eure Zuschauer immer schön eine interessante Musik im Hintergrund laufen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mal hier in schriftlicher Form, falls ihr gerne euren Eltern zeigen möchtet, wie das denn funktioniert. Entsprechende Informationen dazu, wie die rechte Vergabe ist, auch von einem Rechtsanwalt notiert, findet ihr alles auf dieser Website. Dies war es jetzt eigentlich auch schon zu lpradio.de. Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert, wie ihr kostenlos an richtig gute Musik kommt, ohne dass ihr wirklich stundenlang dort draußen im Internet suchen müsst oder sonst irgendwas. Denn wie gesagt, wir erledigen alles für euch und ihr braucht einfach nur den Radiosender einzuschalten und die Songliste in eurer Videobeschreibung zu verlinken. Mehr braucht ihr gar nicht tun. Das war es nun zum Radiosender. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz noch auf unser Forum zu sprechen kommen. Hier könnt ihr euch austauschen mit anderen Spielern. Natürlich ist hier gerade noch nicht so wirklich los, denn ich möchte euch diese ganze Seite hier natürlich erstmal nahe legen. Hier könnt ihr euch dann kostenlos und kostenfrei und völlig unverbindlich registrieren und könnt euch dann entsprechend mit anderen Let's Playern und auch mit anderen Zuhörern austauschen über beispielsweise die Playlist, welche Songs denn unbedingt in die Playlist müssen oder welche Songs unbedingt von der Playlist verschwinden müssen, weil sie doch so scheiße sind. Oder ihr habt zum Beispiel Fragen über die Aufnahme mit Audiodateien und wie ihr das Ganze am besten abmischt, ob ihr einen Mischpult braucht oder nur eine spezielle Software und, 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 und. Und natürlich der klassische Smalltalk ist natürlich auch mit dabei. Wie gesagt, hier könnt ihr euch ganz einfach kostenlos registrieren und euch dann entsprechend mit einigen Spielern austauschen und dann auch entsprechend eine Menge Spaß haben. Auf der Startseite möchte ich noch einmal ganz kurz auf ein kleines Feature zu sprechen kommen. Und zwar könnt ihr hier schon unschwer erkennen, hier gibt es drei lustige Tabs. Der erste Tab ist Neueste Songs. Hier sind die drei neuesten Songs, die hinzugefügt wurden. Wir packen eigentlich in der Regel immer so 20er Songs, also 20er Packen an Songs, packen wir immer wieder mal auf die Liste, dass sie dann ständig erweitert wird. Hier findet ihr auf den Top Songs, findet ihr die redaktionell ausgewählten fünf besten Songs. Also unsere Redaktion findet, diese fünf Songs sind die besten auf unserer Playlist. Die sind dann entsprechend hier aufgelistet. Und um diese Top Songs noch ein wenig mehr zu promoten, findet ihr hier oben unter dem Radio Einschalten noch einen Top Five Player. Und da könnt ihr es auch schon sehen, die besten fünf Songs direkt anhören. Und dies Ganze ist ein kleines Flash Plugin. Dort könnt ihr euch die fünf besten Songs so in der Reihenfolge, wie sie hier steht, auch direkt anhören, ohne direkt den Radiosender einschalten zu müssen. Sondern könnt euch, wie gesagt, einfach hier im Browser diese fünf Songs anhören. Ich kann es auch mal ausprobieren. Wobei, nee, mache ich lieber nicht, weil der Player ist wahrscheinlich sehr laut. Jetzt mit der Aufnahme ist das nicht ganz so toll. Dann hört ihr mich nämlich nicht mehr. So. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr hier oben auf den Kontaktiere-Button klicken. Dort könnt ihr sämtliche Fragen einsenden, die ihr denn habt. Ihr könnt euch auch gerne mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr gerne einen Song vorschlagen möchtet, einen Song einsenden möchtet, wenn ihr gerne Partner mit uns werden möchtet. Hier auf dieser, hier oben, hier steht ja schon unsere Partner. Hier sind schon zwei drin. Zwei Plätze haben wir noch. Da könnt ihr euch gerne bewerben. Und müsst euch dann einfach nur mit uns in Verbindung setzen. Und dann reden wir mal darüber. Dann fügen wir hier einen entsprechenden Link zu eurer Website hinzu oder zu eurem YouTube-Channel. Anfragen zur Moderation und Songscout und so weiter könnt ihr auch alles hier auf dieser Seite stellen. Ich denke mal, das dürfte aber recht selbsterklärend sein. Auf der Startseite gibt es hingegen auch noch zusätzlich eine Funktion. Ne, komm. Gibt es auch noch zusätzlich eine Funktion. Hier unten steht es schon. Melde dich jetzt an unser Newsletter. Hier kannst du dich kostenlos anmelden zu unserem Newsletter. Also wenn wir mal neue Songs hinzufügen und das passiert natürlich eigentlich so in der Regel wöchentlich, kommen neue Songs hinzu, gibt es eine kurze E-Mail mit einer Information darüber, welche neuen Songs hinzugekommen sind oder wenn es auch Änderungen gab, dass Songs aus der Liste herausgeflogen sind, weil ihr das gerne so mochtet, so möchtet, dann wirst du entsprechend hier drüber informiert. Einfach deine E-Mail-Adresse eintragen und dann auf Anmelden klicken und gut. Gut, jetzt möchte ich noch einmal kurz hier unten auf diesen Social Network, auf diese Social Network App von Facebook zu sprechen kommen. Wir würden uns natürlich super darüber freuen, wenn du hier auf diesen Gefällt mir Button drückst und wenn du entsprechend hier auf lpradio.de auf diesen Link gehst, facebook.com slash lpradio. Beziehungsweise, nein, gar nicht wahr, was erzähle ich denn da? facebook.com slash lpradio.de Also ohne Punkt. Da würden wir uns natürlich auch noch super darüber freuen, wenn du einen Kommentar noch hinterlassen würdest, einen nettes. Das war es jetzt an dieser Stelle schon. Ich wollte euch diese kurze, diese Webseite nur einmal kurz vorstellen und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Dienst wirklich ausgiebig nutzen würdet, denn wir haben uns damit echt Mühe gegeben und wollten euch einen entsprechenden Dienst bieten, der euch das Leben um einiges erleichtert. Wie gesagt, Änderungen an der Playlist könnt ihr über das Forum beantragen. Dort könnt ihr euch einfach austauschen, entsprechende Informationen hinzufügen, sagen, der Song ist aber völlig scheiße, den will ich von der Playlist haben oder könnt sagen, ich habe einen super geilen Song gefunden, den müsst ihr unbedingt mit in die Playlist packen. Für diesen Fall ist dieses Forum da. Einfach kostenlos registrieren und deine Meinung kundtun. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute und viel Spaß mit diesem Radiosender und vor allem viel Erfolg mit deinem Let's Play. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dir viel Spaß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020